Für mich ist die Situation ganz klar. Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Wir haben jetzt eine Europameisterschaft vor der Brust, dementsprechend ist der Fokus komplett auf dieser EM. Es wurde vorhin angesprochen, dass die letzten Turniere nicht so positiv gelaufen sind. Das wissen wir alle, das wollen wir alle gerade rücken und darauf konzentriere ich mich. Danach, so wie ich es gerade angesprochen habe, wird dann bestimmt ein Gespräch stattfinden und da ist natürlich der FC Bayern mein erster Ansprechpartner.